jetzt klappt auch jetzt habe ich auch sound wieder drinnen noch dass man das game wieder rein huschen und dann kann der spaß schon losgehen ja jetzt läuft stabil das eigenartig du romano ist er wieder weg ich hab's ich hab's mikrofon aus weil ich mich hier abhuste und abschnaufe du sag mal welches metal gear war das romano wo das wo die cutscene anderthalb stunden lief die endkatzszene ist anderthalb stunden das grenades all his equipment is russian made must be a glück of it man glück of it a russian private army that was in line to work with the shadow they must have made a deal an arrangement with the terrorists they become a band of mercenaries das ist ein eigener kurzfilm was sie da zeigen hast du den neuen laptop gesehen der rausgekommen ist der nato neuer laptop schalte ich mal ein bisschen lauter ich höre dich so gut wie gar nicht ich habe gesagt es gibt einen neuen laptop von xmc der kam vor drei tagen kam da raus der eingebaute wasserkühlung da kannst du mit schnellverbindungen kannst du den radiator anschließen mit pumpe der wird mitgeliefert und dann kannst du da wasserkühlung laufen lassen der läuft doch ohne ne so ist es nicht hat zum skills we need to get an id but for now you can take advantage of the situation and get to work there's a terminal in front of the elevator anode not nerd node use the node to gain access to the big shells facilities network then what pull up the map of the structure that would you activate the soliton radar on the soliton radar on the soliton radar on the soliton radar genau das dauert aber nicht mehr lange die clicks of youtube gehen auch mittlerweile durch die decke ich denke mal wenn das so weiter geht ende des monats sprich ende des jahres habe ich dann ähm hier wie heißt das die werbung wieder freigeschaltet ich krieg auch jetzt immer geld vom twitch ja hm was holst du mittlerweile raus 80 dollar bitte 80 dollar das ist doch geil also aktuell hab ich morgen mit ausgezahlt 83 dollar und 5 cent das ist doch geil also ungefähr 65 60 euro oder was haben oder nicht haben ne ja ja du willst zocken ja klar da kannst du nicht schmeckern hm mal gucken hier lag da lag doch nämlich einer an der ecke nächstem angebot bei notebooks billiger ne die eine grafikkarte bekomme ich auch nicht rein deswegen musst du gucken bei den drop der jetzt kommt nächste woche ja die haben ja schon gesagt das erste gerät ich sag mal was am laden liegt da krieg ich sofort einen anruf ja ja weil links dann nächstes war jetzt am donnerstag kombiniert neue lieferung von die video wir haben ja schon eine für die firma kommt die kollegin von ralf die arbeiter selber da wird gesagt das erste gerät was da direkt reinkommt ist für mich reserviert komme ich direkt einen anruf kann ich sofort abholen ja so gut dann können wir direkt den wasser kühler bestellen und dann ziehen wir die schläuche neu dann bestellen wir noch die zwei filtringe neu 2 x 45 und 91 wolltest du haben ne hm muss man dann noch sagen was du für eine größe hatte ich glaube 12 10 hattest du ne oder 13 10 hattest du ne oder 13 10 hattest du ne oder 13 10 hattest du ne weiß ich jetzt gerade nicht müsste ich gucken ja 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 Was für Pugel brauchen wir nicht hören. Wir brauchen Action. Was so ein altes Spiel auf der Grafik hat läuft, ey. Geil, oder? Die Week 7 oder so ist das noch, ne? Bitte? Ist noch die Week 7 Grafik, oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Guter Alter, Playstation 2. Ich bin unter enemy Feuer! Secure das Perimeter! Bleib und schau! Jetzt wär er rast. Gott sei Dank sag ich dir! Ist mir aber ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen, das wäre mir erst aufgefallen, hätte ich gesagt, oh, ihr Jürgen-Ocula. Ja, oder die VOD gespeichert auf dem Tüttchen. Wird das sehen, was der Bauer schon wieder macht, ne? Was pummel da wieder auseinander, erzähl. Die 4090 von Asus Strix, die baut da oben auf Flüssig-Stickstoff und tut da 1000 Watt Leistungsaufnahme draufpacken. Überleg das mal, so ein letzter hat Romano sein PC, weißt du, sowas braucht man die Grafikarte. Was auf keiner zählen, ey. Wie soll ich denn da jetzt am Vorbeikommen? Das muss ich wahrscheinlich umholzen, die Leute. Der hat doch den 13.900 K auf 8,8 GHz gekantt und taktet. Auf Multicorner, also auf mehreren Kernen. Der Weltweg quasi wie ein Dritten kriegt. Der Weltweg. Du grüße jetzt, warte mal hin. Wird dich jetzt schütteln. Lief doch mit einem Wettstreit jetzt in vorne, oder nicht? Er hält jetzt in Koma und er geht jetzt erstmal in den Schrank rein. Und an beiden sind ein Klacks. Und ich mir jetzt, sie kriegen jetzt einzeln so eine Abreibung von mir. Hm? 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 Jetzt schläft er im Koma. Ist aber auch da. Ich mein, ich weiß ja. Ih, warte mal. Ich weiß ja. Die Terroristen senden sich die Sons von Libertät. Das Sons von Libertät? Der Name der ihre Liede ist Solid Snake. Der Hero von Shadow Moses? Das ist warum du mein Name verändert hast. Genau, aber er kann nicht der Solid Snake sein. Er hat zwei Jahre später auf dem Tanker geschehen, nachdem er es hochkampft. Könnte er überleben? Keine Chance. Körnel, ich bin auf dem Ruf. Es gibt keine Sentrieren, aber es kostet nur einen, um mich in dieser Licht zu sehen. Du hast noch nie Vier-Vr-Vr-Trainien, nach allem. Bleiben extra sharp, bis du eine Node finden kannst. Was für die Kommandos? Seale Team 10 ist auf Struts B und C. Und der Präsident? Seems he was spotted on Strut B. Strut B? Ach, neid. Jo, klar. Hast du das gehört? Mit dem neuen Frag, den er gekriegt hat? Unser Dickens. Na, wenn das an dem ist. Kann mir das nicht vorstellen, vom besten Willen. Wenn das an dem ist. Ja, wir haben es ja sehen. Dann hat er aber aufgezeigt. Oh, ja, fünf Jahre Stille, ne? Guck mal, was passiert. Aber das ist ja auch gestaffelte Auszahlung, ne? Ja klar, sicher. Das kriegt er ja dann über, damit er auch wirklich stiller bleibt und sich daran hält, ne? Das kriegt er dann auch, wird es dann auch einen Auszahlungsplan geben. Rhyden. Rhyden, SEAL Team 10 is in. Wir haben wirklich keine linee der Kommunikation mit den SEALs? Sie wissen nichts über uns. Sie wissen, wir arbeiten in der Mitte, und diese Mission ist kein Exception. Nur ein paar Leute wissen über deine Presence hier. Es gibt keine Probleme. Diese Operation ist unter Pentagon's Direkt Command, und die NSD-D kam von der Vice-Präsident und der Sekretärer der Defense. Deine Mission ist vielleicht top-secret, aber es hat durch die normalen Channels Ich werde den Rücken Ich werde den ersten Rücken zu dir, okay? Entstanden. Das war das Fahrzeug auch noch mal frei hier. Das mit dem Tanker war das ursprünglich. Das war damals die Demo. Das hatten die ähnlich gemacht wie mit, äh, wie heißt das? Mit NG-205. Okay. Das heißt, das erste Kapitel war ja Ground Zeroes. Ja. Und das ähnliche hatten sie mit NG-202 gemacht. Okay. 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 Bleib doch liegen, Kind. Gut. Der hat einen Abflug gemacht. Die Kommunikation mit dem A-B-Konnecting-Bridge haben ceased. Stratby tritts vor mir rum. Ach, jetzt sind wir wieder am selben Punkt wie vorhin. Der gute alte Remp. Der gute alte Remp. Der gute alte Remp. Derった einاء. Der die Remp. Der ähnliche Filme. Der vieletuber, Schleier! Der Conge EAoder, dass sie eine base Perf часов. Das war's für heute. Oh no, no! Oh no, 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 no! Oh no, 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 no! Oh, Manni! Hat er keine Spitschicht mehr? Ne, der hat jetzt erstmal Urlaub, aber der hat heute so einen Raid-Arten-Herr der Augenringe und so. Oh, so. Five today. Three. Or Robber Six. Thanks. Get down! Where is he? Ah! Hmm, strange smell. You smell lights. Are you? It has to be. Shoot him! What are you waiting for? Sam. Yeah, Queen? Are you all done cleaning up? Yes, but wait till I tell you what I found. Something interesting? I'll tell you a person. Where are you? In the central unit with the president. Be right there. Ha! Ha! Hold on. Hold on. I'm not an enemy. Calm down. My name is... My name is... Plissken. Iroquois Plissken. Lieutenant Junior Grade. Are you a Navy SEAL? How did you get in? Fast rope descent from a Navy chopper. Have I seen you before? That suit. Are you Foxhound? That's right. Foxhound was disbanded. Huh? Where were you before Foxhound? Delta Force? No, no, no. I was part of the Army's Force 21 trials. Force 21? That's about tactical IT deployment, right? Any field experience? No, not really. So this is your first? I've had extensive training. The kind that's indistinguishable from the real thing. Like what? Sneaking mission 60. Weapons 80. Advanced... VR, huh? But realistic in every way. A virtual grunt at the digital age. That's just great. That's far more effective than live exercises. You don't get injured in VR, do you? No, no. Every year a few soldiers die in field exercises. There's pain sensation in VR and even a sense of reality and urgency. The only difference is it isn't actually happening. That's the way they want you to think. To remove you from the fear that goes with battle situations. War is a video game. What better way to raise the ultimate soldier? So you're saying that VR training is some kind of mind control? Raiden, what's going on? The Alpha Team from Navy Seal 10 is dead. No, a single survivor. The kid's wired with nanomachines. Ah, it's ringing me up again. Was ringing you up? Was ringing you up? Ach, ach. What about the president? Looks like they take him somewhere else. I see. You said there was a survivor from SEAL Team 10. Yeah. Lieutenant J.G. Plissken. Has he seen your face? What? This is a top secret mission. No one can know that we're involved. It's a little too late for that. Oh, yeah, yeah, yeah. What's up? Take a look. What the hell? A Navy Captain. You all right? Give me a few minutes. Must have lost a few more pints than I thought. What was that man just now? That blood sucking freak. I see right, Red Dead Redemption 1 läuft with over 100 FPS on Xenia, what was that? Xenia Emulator, yeah. Xenia's Canary Build. Canary, that's the Beta-Version. A special forces unit created by Ex-President George Sears. The name was originally intended to reflect its anti-terrorist functions. The unit would launch unannounced assaults on government complexes for the ultimate terrorism simulation. The DLC. So, and sobald the things are downloaded like you, have to deal with the real plan. But around the time the original leader died in prison, the unit began to unravel. They were always close to the edge, but they became more and more extreme. Began to go after US allies, even civilians. We estimate that no fewer than a hundred people died as a result of accidents the dead cell arranged on their own. They were out of control, and it all came to a head six months ago. What happened? The unit was devastated. There are only three left now, and you just saw one of them. Why would they go after the big shell? How should I know? I told you they were on the lunatic fringe. What about their leader? He says he's Solid Snake. Snake died two years ago. You mean the incident that made this big shell necessary in the first place? Right. And he was the one that sank that tanker. But he's a legend. Legends are usually bad news. There's not a lot of difference between heroes and madmen. You're saying Snake is still alive and pulled another one? No, he's not involved in this one. His body was positively ID'd two years ago. Snake is dead. And buried. What about the other soldiers? I saw Russian equipment too. Former Soviet military. They're probably mercenaries. The big shell is too much ground for just dead cell members to hold down. You weren't briefed on any of this? And you came in alone to boot? Why? What are you really doing here? Can't tell me, huh? Fine with me. I don't smoke. Keep it anyway. May come in handy. Take this too. Here, take this. With Rasierapparat. Come in, Alpha Zero. This is Bravo Zero. Currently at the bridge between struts B and C. The president is... Damn, I can't hit this thing. It's like some bad dream. Alpha, anyone. Come in, all Alpha. This is Bravo Zero. Aren't you going to answer him? The BC connecting bridge. We need to get there. Can you handle it? I need a few more minutes. Remember my frequency. It's 141.80. It's 141.80. 141.80. Got it. I've been briefed on this plant's layout. If you need information on the place or about dead cell, contact me. You're using nanocommunication, right? Yeah, but I can patch into your frequency. Hey, what's your name? Raiden. Raiden? Strange code name. Makes up for the boring one my parents gave me. Maybe I'll find out someday. Position. x2 Let's do it. First, just to keep it. Jack, it's me. Everything okay, Rose? Don't you need to save the mission data? Oh yeah. Thanks for the reminder. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. 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 The spray can be, was für heute. What? das war's für heute, das war's für heute, Das war's für heute. Das war's für heute, das war's für heute, jointen, das war's für heute, und das war's für heute, das war's für heute, das war's für heute, I don't have to, My frequency is, normally, just, good luck, I don't, Who's, there, I don't, What's going on, look out, What's going on, 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 Zauber! Ziehen wir jetzt hier rein, du kriegst jetzt gleich direkt nochmal Nachreibung. Das ist gut. Das ist gut, du hast. Oh Mann da. I'm under attack. Freeze, stay alert. Don't kill. Oh, da geht's. Züge nicht gut aus. Ist an die Zähne bewaffen, die Leute. Züge nicht gut aus. Züge genau meine Richtung ab. Schön, dass die aber despawnen. Züge nicht gut aus. Züge nicht gut aus. Die Züge kam direkt hinterher. Mr. Yellow. Züge nicht gut aus. 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 Hier kann ich flüchten, immerhin etwas. Hö, Hö, Hö. Gott, ich bin jetzt nicht so gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Kollege kriegt jetzt overtitelung des ZDF, 2020 Wir hätten keine Schlaf hier, jetzt haben wir noch Probleme. Dann kommen wir so schnell nicht durch. Wo ist der? Wer ist das? Anfänger! Rekritte! Jetzt haben wir ein Problem. Alarm ausgelöst? Ja. Die Kameras. Im Lagerhaus hast du das Teil gekriegt, ne? Dieser M9. Franklizer Pistole. Ganz unten, am Anfang. Wo ist der? Nein, die gab es doch nicht. Ich habe vorhin extra nochmal geschaut, aber unten hast du die nicht gekriegt. Dann spot die woanders auf hart. Okay. Wo ist der? Warenhaus 1F. 1F? Ich glaube, da bin ich sogar, wa? Ja, auf Pillar, auf Pillar, auf Pillar F. Oh, ja, das ist das richtige Warenhaus. Okay. Lauf! Oh nein. Jetzt kriege ich das nicht. Jetzt kriege ich nichts. Ja, der hat eine Schrotplinte, ist klar. Oh, oh, jetzt aber weg hier. Guck mal, hier ist ruhig. Ich danke Ihnen. Ich bitte an die Schrotplinte. Ich bitte an die Schrotplinte. Was ist die Situation da? Puzzling, ich sah einen Mann wie ein Ninja jetzt gerade. Ninja? Es ist das einzige, um ihn zu beschreiben. Ein typischer Cyborg-Ninja, voll mit mit einem Rund. Was? Siehst du etwas von mir schenkst? Olga, du sicher sein, ich bin kein Arsenal Tengu? Don't be a fool. Think I wouldn't know the difference? I've never seen field gear like that ever. Alright, we'll intensify patrols. Anything else? Actually, one more thing. You'll find it hard to believe, though. I saw a man hiding under a cardboard box. Where? On the connecting bridge to Shell 2. So you believe me this time? I've seen someone use that box trick before. We'll lay a trap on the Shell 2 connecting bridge. Over and out, then. Freeze! You must be one of Dead Cell. Course not. What a thing to say. Drop your gun! Not a chance. I believe it was a... I saw a female soldier. Russian. Must be Olga Gerlukovich. How do you know? Unlike you, I've been briefed. She's not a Dead Cell? No. She commands a Russian private army. They must be the ones patrolling the Big Shell. That's right. She's led the group ever since her old man, Colonel Gerlukovich, died. Watch yourself with her. She's a tough one. Freeze! No! Please don't! Log tech here. And so, so forth. I told you about your 3D card. I saw a bug. It was a young man . The fool is out. Even if you don't care about your 3D card. I saw it again. I saw a bug. It was a bug. I saw a bug. You got it. You got it? I saw it now. You saw it now? Der steht aber recht schnell auf. Ganz anders. Das ist jetzt ein Abflug. Requesting back up you. So, da machst du nix mehr, oder? Die Kugeln können die auf Dauer nicht einfangen. Welche Blei-intolerant. Scheiße! Die haben jetzt Bock, die wollen. Das müsst ihr nicht erst mal kriegen, Jungs. Werden aber jetzt viele. Da liegt was, da ist ne Wappenkiste. Die sind Handgranaten. Speichern wir das Ding erst mal. Lass mal speichern. Weiter geht's am nächsten Stream. No comment. About? I don't know. Das ist ein Abflug. Das ist ein Abflug.